Das Wetter wird zunehmend kälter und in den Bergen fällt bereits Schnee. Besonders in den französischen Alpen soll es in den nächsten Tagen starke Schneefälle von bis zu einem Meter geben. Auch in Italien und der Schweiz soll es kräftig schneien. Teile Österreichs kommen auf immerhin 50 bis 80 Zentimeter Schnee. Im Allgäu fallen die nächsten Tage immerhin bis zu 50 Zentimeter Schnee. Doch nicht nur in den Bergen kann es zu Schneefall kommen. Denn die Schneefallgrenze verschiebt sich am Wochenende auf bis zu 400 Meter. Somit könnten auch weite Teile des Tieflands vom Schnee betroffen sein. Lange liegen bleiben wird der Schnee vermutlich nicht, denn nach dem Wochenende wird es wieder wärmer.